Hallo, mein Name ist Norbert Lusti und mein Partner Peter Schrammig. Wir haben über Remax unsere Wohnung verkauft, wobei ich jetzt ein bisschen ausholen muss und sagen muss, dass wir also von der Erstbesichtigung bis zum Erstgespräch und von der Abwicklung so was von zufrieden und wirklich begeistert waren, dass ich die Firma Remax und den Herrn Erstitsch nur weiterempfehlen kann. Sollten Sie eine Wohnung haben, die Sie an nette Leute verkaufen wollen, dann gehen Sie zu Remax, zum Herrn Erstitsch. Besser geht es gar nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017